Die Schuld ist primär immer bei einem selbst. Also man kann nicht damit beginnen, dass man eine Kritik bekommt oder sagen wir es vielleicht sogar etwas neutraler, wenn man Feedback bekommt, kann man das nicht sofort irgendwie, wie soll ich sagen, abblocken und sofort an andere Menschen, sei es jetzt das Team, was unter Anführungsstrichen unter einem steht und wie du es auch quasi dann in der zweiten Ebene gesagt hast, ja die unter Anführungsstrichen falsch die Aufgaben gemacht hat, die man selber irgendwie angeleitet hat und dann kann ja das niederschmetternde Feedback gleich an die Menschen geben, die auch übrigens von oben hat es geheißen, ihr habt hier das falsch gemacht. Also das ist der größte Fehler, den man machen kann, dass man sich aus dieser Feedback-Kette ausklammert selbst und es sofort das, was an Feedback kommt oder die Schuld, die es da vielleicht zu suchen gibt, auch wenn das natürlich kein richtiger Zugang ist, dass man einen Schuldigen oder eine Schuldige sucht, also das muss man sowieso ganz lassen, aber dass man in diesem Feedback-Prozess sofort abschmetternd das weiterspielt an jemanden anderen, das ist ein großes Problem. Also es ist, wie gesagt, das Extreme Ownership beschreibt ja tatsächlich den wichtigsten Schritt, egal wie das Ergebnis war, man muss immer für alles, was in dem Prozess gelaufen ist, man ist ja deswegen die Führungskraft, die volle Verantwortung nehmen, wirklich extreme Verantwortung dafür übernehmen, was gut oder was schlecht gelaufen ist, in dem Fall natürlich das, was schlecht gelaufen ist.